Nein, die war halt nicht. Ich könnte nochmal auffüllen. Irgendwo war doch hier genau da. Das war's für mich. Naja, das formiert sich doch hier gleich wieder. Cool, wie der hoch springt und dann zu nem Schwarm wirkt. Die sind ganz schön nervig. Besonders auch mit dieser etwas... Man muss sie ja auch schnell bewegen. Ja, ich halte ein bisschen ungenau. Da müsste ich nochmal für einen Controllerspieler so eine... Ähm... So eine Zielhilfe geben. Genau, Zielhilfe heißt das. So... 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 Das ist nicht zusammen hier. Ah, diesmal scheinbar nicht. Da, ne, hier war dann genau das Vieh zusammen und ich muss noch reizigen. Ach Leute, hier ist das. Schieß halt! Ja, der Stich ist hier gebracht. Oh, mir fehlt so einer auf dem Feld drin. Ist das der Satellite? Oh, ich geh nun mal kurz mal nachladen. Das war doch hier um die Ecke. Kurz mal nachladen. Ich bin schon wieder alt tot hier. Ja, ich glaube, hat mir hier eine Flärme angekommen. Da ist hier ein Löcher gekrochen. Draus ist auch noch eine. Wie viel wollen denn da noch kommen? Wie beim ersten Mal, da waren das auch noch viele. Ah, das schmeckt euch nicht, hm? Ich habe keine Fels mehr. Na, super. Ich bin Rusia! Ich bin zuerst dabei. Oh, ich bin jetzt noch mal. Mein ich glaube, ich bin jetzt nicht in Schrocken. Das ist schon sehr. Das ist zumindest noch mal. Vielen Dank. Und jetzt warte mal. Das ist schon mal. Ich habe das. Vielen Dank. Also. Ja. Ich bin schon der nächsten. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Verrückt, wieviel Schüsse die brauchen! Oh, wieviel das hier eigentlich sind! Es ist okay, es ist sicher! Wo hast du? Hier irgendwo noch Mun rum? Oh, müsste noch was sein. Vielleicht ist noch was in der Waffe hier. Ja. 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 Das ist noch drei. Das ist noch nicht direkt vor dem Motel. So, und das andere war irgendwie mittendrin, ein bisschen die Treppen hoch. Was ist das? 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 Und dann war das easy-grin, das noch nicht so schnell oder so auf meinen eigenen Lippen. Das dark, malicious twinkle in den Augen. Und ich wusste, was ich zu sehen. Als er zurückgekehrt und der room hinter ihm war, mein Herz war dry. Da war nichts ich konnte, aber zu sehen. Das ist noch nicht so gut. Das ist noch ein kleiner Schrank. 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 Wenn ich den da nehme... Ich glaube, das ist der Link da. Dann komme ich wieder sofort zum... Oh, das war das Autokino oder was? Vielen Dank. Ich glaube es war die Tür, wo ich den gefunden habe. So, woanders. Ich kann hier auch nicht mehr rein. Und der hat auch noch die Schlüssel da. Tja, und sobald ich die Schlüssel nehme, bin ich wahrscheinlich wieder weg. Gucken wir uns hier nochmal um. Nein, ich glaube es habe ich sicher. Es ist gesagt, dass niemand weiß, was die Zukunft wird bringen. Aber für diesen Mann, es ist noch nicht wirklich wahr. Ein Weger Mann kann einfach nur geben, aber der Champion des Lichter ist ein Experten auf destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Mount Redtooth. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the Champion of Light will depend on them to pick out a message from the Aether. Jo, da waren wir ja schon mal. Wie die Geschichte sich repetiert, der Mann erinnert die Pattern. Er weiß, dass er das Missingparte für das Teleskop braucht. Ich hätte besser einen Dr. Meadows' Auto finden. Das ist, wo die Kamera ist. Nein, ich würde es nicht nochmal anmachen. Geh mal rein spaziert. Möchte noch jemand den Helden tot sterben? Den Monster tot. Na, gib her. Hab ich zwar schon, aber gib nochmal extra Ammo. Ohoho, praise be! You guys are coming through for me! A pretty little life just started blinking on my board here. Ich hatte so nervös geflagert, da dachte ich muss das mal einschneimt. Was war das? Ach, der schmeißt einer wieder dunkle Granaten. Jetzt. Dafür ist er... Ich bin mir, ich bin mir... Ich bin mir, ich bin mir... Ich bin mir, ich bin mir verstanden. Aber sonst habe ich nicht mehr so viel Geld. Ich bin mir, ich war die Schreiber. Ich bin mir ... ich bin einschneimt. Hier muss irgendwo ein... Hier ist irgendwo noch meine Seite. Ach schon, die Seite wollte ich ja vorlesen. Das wollte ich lesen. Irgendwo ist hier nochmal eine Seite. Hier irgendwo ist eine Seite. Da ist er. Was war die Seite? Was war die Zeit? Was war die Zeit? Aber ihre soziale Leben immer wieder zu zweckend zu den Mysteriensten. Michael nie gab es, natürlich. Er wurde auf der falsche Rest Stopp. Sie hat nicht gedacht, dass ihn an der Zeit. Das Phänomenon in der sky auf der Erde war zu faszinierend. Ich kann mal hier nur wieder auf das Radar gucken, ob es da Seiten zu finden gibt. Ich kann mal ein bisschen weit, wenn wir noch näher rankommen. Unmöglich! Wenn ich da einen mit einer Schrotflinte in den Kopf schieße, dann steht einen halben Meter vor mir. Geister Kopf weg! Geister Kopf weg! Geister Kopf weg! Geister Kopf weg! Wo ist sie? Geister Kopf weg! 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 tenido Kopf weg! ja jetzt kommen wir die ganze viecher das war letztem auch schon mal was gibt es hier noch mal eine seite da ist ein loch im zorn da sind die zombies abgehoben zur darkness the darkness rose from the depths of cauldron lake and took alice it needed words it needed me to ride its way into our world she was leverage a hostage i complied but with a twist i put in a loophole that gave me a chance to fight back i was hunted by shadowy enemies but i faced the darkness i fought it with light i drove it back i saved alice but it came with a cost i was trapped in the dark place below cauldron lake und 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 das nicht auch mit aha da hat nicht also die dritte seite i've seen the enemy and it's me i faced dark horrors bevor things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own sometimes they masquerade as humans that's what ultimately lurks inside mr he's every mean-spirited tabloid story about me an evil caricature a creature formed in that vague territory of misconceptions half-truths in the dark imagination of people who heard a story about me an urban legend made flesh a serial killer my dark half brought to life by the power of cauldron lake so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017